Und ein herzliches Willkommen bei der nächsten Folge von, jetzt wollte ich Cora Island sagen, aber ja, Stardew Valley. Ja, wenn man zwei solche Spiele spielt, die relativ ähnlich sind, ist das schon ein bisschen... Ui, ich verwechsel auch die Steuerung teilweise. So, weil ich will manchmal so nach vorne dashen, aber geht ja bei Stardew Valley nicht. Gut, wir haben jetzt eine Bauanleitung. Wieso kann ich da jetzt nicht? Jetzt geht's. Jetzt habe ich Mutter und Kind getrennt. Oje. Oh, und er ist blau und böse. Okay. Okay, so. Bauen. Wo ist das jetzt? Da. Okay, 50 Hartholz. Knochen. Oje. Hartholz und Knochen. Oh. Oje, oje. Hartholz und Knochen. 50 Stück. Das brauche ich so eigentlich. Knochen, habe ich die hier? Das brauche ich auch. Und ich brauche Knochen. Sehe ich die jetzt gerade nicht oder sind die drüben? Kann sein, dass die drüben sind. So, hier. Hm. Brauchen wir zwei oder eine reicht, oder? Ich glaube, einer reicht. Okay. Kann ich das wieder zurückpacken? Okay. Und dann werde ich, habe ich, habe ich gleich ein Straußenei? Hier. Hm, hm. Ja, ich weiß, ihr seht böse auf mich. So. Ja, komm, ich baue das hier hin. Einfach hier hin. Inkubator. Inkubator. So, jetzt muss ich wahrscheinlich irgendein Tier auch verkaufen. Ei, 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 ei. Okay. 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 Wir haben zwei Ziegen. Na, drei Ziegen haben wir. Du bist dran. So. Brustarbruch. Okay. Verkaufen. Tut mir leid. Okay. Orangen. Die brauche ich jetzt nicht mehr, weil die für Gast eigentlich sind. Hm, hm. Hm, hm. Verkaufen. 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 So. Jetzt haben wir eigentlich alles soweit gemacht, oder? Ja, ist mir schon klar. Äh, äh, hier. Muss ich ein bisschen wieder begrünen hier. So. Hier ist einfach ein Baum gewachsen. Oh Gott. Oh Gott, sind die hungrig. Oh Gott, sind die hungrig. Okay, die fressen mir gerade die Haare vom Kopf. Nein. Jetzt habe ich die Lampe verkauft, äh, abgerissen. Wie die jetzt alle hier sind. Geht doch hier hin. Hier ist Heu. Genieß das. So. So. So, so, so. Ja, tut mir leid. Gehst du bitte weg da? Schaf. Ja. Nein. Was? Wie heißt du? So lalalalalala. Okay. So lalalalalala. Geh bitte weg mal. Hä, wie bin ich denn auf den Namen gekommen? Okay. Ja, geht hier bitte mal weg. Könnt ihr bitte. Da ist Paul. Ja. Ist hier ein Wafer oder was? Ja, 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 ja. Okay. Ja, ich muss jetzt hier noch irgendwie die Lampe hinbekommen. Ja. Weißt du was? So, hier. So, nur für vorerst. So. Hm, hm. Äh, hier. Bitte weg. Ciao. Okay, äh. Was wollte ich mit dem? Für den Obi brauche ich jetzt ja auch nichts mehr, theoretisch gesehen. Ja, tut mir leid. Ey, wie böse die jetzt alle sind. Ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Wir verbreiten jetzt mal kurz ein bisschen Liebe. Und dann ist hoffentlich der erste Strauß dann bald mal erwachsen. Platz habe ich ja schon gemacht. Ich weiß jetzt nicht. Das wird schon eine Weile dauern, bis der Strauß wächst, glaube ich. Heranwächst. Nee, brauche ich nicht. So, wer fehlten eigentlich noch? Hm, hm. So. Jess, Kent und Opi, Zwerg und Roki und Alex. Alex ist noch ganz weit unten. Okay. Alex. Der wohnt ja nicht hier. Hm. Aber Opi. Das habe ich am liebsten. Danke. Opi. Äh. Ja, Alex. Chess. Wo ist Chess? Chessbar? Da. Ah, Alex ist. Okay. Er verkauft Eis. Ja. Wer ist noch? Warte, jetzt habe ich. Habe ich jetzt schon alle? Na, der Zwerg fehlt noch. Wer noch? Hm. Der Zwerg? Alex, habe ich? Also Kent. Kent fehlt noch. Der Kent. Der im Krieg war. Der für unsere... ... ... ... ... ... ... Gehen jetzt alle nach Hause? Okay. Und hier? Ach so. Ihn habe ich ja schon. Wir hatten auch ein sehr interessantes Date. Muss ich zugeben. Äh, äh. Willy? Ich bin schon lange nicht mehr mitgefahren. Würde mich freuen, wenn du mich mal wieder rüberfährst. Fährst. Auf die Insel. Finde ich nämlich toll. Also das erste Mal war richtig spannend, rüberzufahren. Weil ich nicht wusste, was da ist. Da ist sie hier. Äh, Haley? Krabby! Krabby! Okay. Kommt ihr raus? Hallo? Hallo? Ist da jemand? Guck, guck. Schatz? Schatz? Kommst du? Aha. Interessant. Er ist nicht hier. Wo ist Kent? Er muss zurückbleiben. Er muss zurückbleiben. Er hat es nicht mehr geschafft. Er muss jetzt die ganze Nacht auf der Insel bleiben. Ja, er hat es nicht ge... Na doch, er hat es geschafft. Schade. Aber wo ist Kent? Was macht der? Den ganzen Tag? Außer posttraumatische Belastungsstörung. was er hat. Ist er jetzt vielleicht zu Hause? Ah, Kent. Habe ich dich vorhin nicht gesehen, zufällig? Kann das sein? Okay. Jetzt noch vielleicht zum Zwerg. Ganz schnell hin. Und am Morgen gleich das... das gleiche wieder. Dann ist es ja eigentlich schon vorbei. Okay. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Ups. Da habe ich mich mal wieder ein bisschen zu weit aus dem Fenster gelehnt. Weil ich wollte ja eigentlich hier lang. Zum Zwerg. Deswegen bin ich auch zu Fuß gegangen und habe mich nicht teleportiert. Mina. Obwohl. Ihm kann ich ja irgendwas geben. Davon habe ich ja eigentlich genug. Das ist vielleicht ein bisschen wertvoll. Aber naja. Naja. Und jetzt kann ich auch teleportieren. Ist jetzt nicht wichtig. Obwohl. Gehen wir zum Mr. Quee. Mal gucken. was für Missionen er noch für uns parat hat. Das ist noch nicht... Ah, ich habe hier noch die Pflanzen. Hier. Banane. Kommt hier hin. Ist das richtig? Hier? So. Okay. Ja, das gefällt mir schon irgendwie. So. Da unten sind zwei... Da ist einmal abwächst. Und hier zwei Mango. Das wäre... Würde Sinn ergeben. Oder? Hier nochmal Mango. Und ist schön ausgeglichen. Mr. Quee? Ich komme. Ich komme und schaue mir das an. Was sie da fabrizieren. Okay. Mr. Quee? Kann ich dir Nüsse geben? War das nicht so? Gefahr aus der Tiefe. Das Minenaufzug wurde zurückgesetzt und... Okay. Sechs Tage. Das würde ich auf jeden Fall machen. Das würde ich schaffen. Belohnung 40. Die Schädelhöhle ist... Na. Also die... Die Höhle gefällt mir halt besser. Weil... Weil da halt coole Monsters drin sind. Vor allem mit Brille und so. So. Ab nach Hause. Dann würde ich gleich schlafen gehen. Und morgen direkt rein starten mit der Höhle. Und dafür würde ich mich vorbereiten. Hm. Wie bereite ich mich am besten vor? Was brauche ich? Ich brauche... Ah, das sollte ich auch noch machen. Ja, okay. Habe ich hier irgendwas? Das hier. Das gehört hier nicht hin. Das, das. So. Da. Nee. Gut. Hat's nicht. Okay. Okay, die zwei. Ziegenkäse. Kann ich mitnehmen? Ist auch Essen. Hier. Die Frage ist... Brauche ich das? Kann ich verkaufen? Dann... Dann ballere ich da, weil... Das brauche ich nicht. Das. Das. Dann noch was. Den Ziegenkäse mitnehme ich mit. Das lasse ich da. Das Essen verkaufe ich. Ich brauche Glücksessen. wieder ein bisschen. Und wir brauchen Blueberries, um Wein zu produzieren. Habe ich davon noch genug? Ich frage für einen Freund. Wir haben gar nichts mehr. Wir haben Sternfrüchte noch. Ei, 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 ei. Okay. Äh, Sternfrüchte. Nehme ich mit. Und mach da mal... So viel voll, wie geht. Hm. Okay, das ist nicht so gut. Habe ich jetzt Kartoffeln genommen? Okay. Hm, hm, hm. Okay. Ich muss gleich schlafen gehen. Deswegen beeilen. Hier noch schnell. Okay. Es wird langsam weniger. Okay. Das sollte sich noch ausgehen, wenn ich hier unten noch in mein Weinlager gehe. Sollte sich schon ausgehen hier. So. Okay, ich werde das jetzt hier nicht mehr vollkriegen. Aber ich kann da alles mitnehmen. Dann mache ich nächstes Mal wieder voll. Wenn das fertig ist. Hm, hm, hm. Okay. Verkaufen. Was wollt ihr? Muscheln wollt ihr. Okay. Das verkaufen. Das. 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 Gut, dann bin ich soweit. Ab ins Bett. Ab in die Kiste. Ja, ja. Schon ordentlich. Tag drei im Sommer. Schön. Okay. Sorry, ich ignoriere euch gerade mal. Weil ich will in die Höhle. Aber brauche ich noch was? Ich habe grob gesehen alles. Ich nehme das noch mit. Weil es egal ist. Büchse essen brauche ich so gesehen nicht. Obwohl, ich werde es trotzdem essen. Okay. Mina. Äh, gut. Okay. Essen. Essen. So. Ich lege mal den Käse hier hin. Dann bomben auch hier hin. So. Wo ist der Ausgang? Hier. Eine Muschel. Aber ich kann mich heilen, oder? Ja. Das geht. Es gibt ja die Höhle, wo ich mich nicht heilen kann. Das ist blöd. Natürlich komme ich hier nicht weiter. Hi, Schleimi. Okay. Hier. Ah. Hi, Krabby. Ah. War eine blöde Idee, mich anzugreifen. Ein paar Algen. Sind nicht schlecht. Aber ich brauche... Ah, da drüben. Uran. Genau das brauche ich. Uran. Hier. Ist hier drüben auch noch was? Nein. Ich verwende die Bomben halt echt ein bisschen überinflationär. Bin da jetzt nicht runtergekommen. So. Ist hier irgendwas? Ist hier eine Treppe? Ja. Komm. Let's go. Hier hat mich noch erreicht. Ist hier aber noch was? Ne. Also runter. Okay. Hier ist gar nichts. Ich sollte wieder einen Käse essen. Sonst ist es gleich empty. Hm. Nehme ich mit. Da wird nichts drin sein, oder? Ja. Habe ich irgendwo eine Treppe? Ach so. Da ist sie schon. Hm. Ja, komm. Dumm. Treppe, bitte. Nichts? Okay. Obwohl ich Glück habe. Schön Diamanten. Immer noch nicht. Hier ist Uran. Das ist gut. Und hier ist auch die Treppe. Hm. Was ist hier gerade rumgeflogen? Okay. Okay. Hier ist nichts. Weg hier. Wir brauchen Uran. Das heißt nichts. Okay. Hier ist es relativ egal, was hier sonst rumliegt. Weil ich habe jetzt nicht mehr den Anspruch für so viele Ressourcen. Also nicht so wirklich. Hier. Hier. Bada boom. Hier ist nicht mal eine Treppe. Hm. Okay. Hier vielleicht. Ja, hier. Ei, ei, ei. Hier, Bada boom. Hm. Oh, Uran. Wenn ich es ein bisschen besser platziert hätte, hätte ich wahrscheinlich beide bekommen. So, hier unten ist nichts. Also es interessiert mich nicht, wenn ich nichts bekomme. Da drüben ist noch Uran. Okay, wir haben gerade richtig Glück. So, kurz essen. Dann wartet die Bombe ein bisschen. Bada boom. So, hier ist noch was. Oder? Nein. Ciao. Okay. Habe ich irgendwo eine Treppe freigeschalten? Ist mir gar nicht aufgefallen. Glaube ich nicht, oder? Hier unten. Spinne ich jetzt? Ja. Autsch. Ach hier. Habe ich vollkommen übersehen. Okay. 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 Das ist wieder so ein armes Tierchen. Ach, komm. Gebt mir einfach... Aha. Da ist sie. Habe ich wieder die Treppe übersehen? Bin ich doof? Hier. So. Hörst du? Auf. Ist da was? Nein. Ist hier drüben was? Nein. Aber eine Treppe. Okay. Äh, ich sollte unbedingt was essen. Wieso schreibt mir nichts in den Kommentaren, dass ich gleich fast tot bin, ey. Gleich fast tot bin. Ich gut Deutsch sprechen. Schöne Bombe. Hm. Okay, nächste Tiefenschicht. Ich sollte... Koffein trinken. Glück habe ich ja noch. Stehen die aufeinander? Die sind ja cool. Die hocken aufeinander. Loll. Habe ich die jetzt weggeschossen? Wow. Also die Schleim ist in Kuh drauf. Okay, instant tot. Ah, da ist gleich Treppe. Geht gleich weiter. Okay. Bam. Hier ist gleich Ausgang. Nutze ich gleich. Oh, es sind hier viele. Oh, es sind hier viele. War hier eine Treppe oder so? Nein. Ach. Komm doch. So, hier oben. Beim Herz vielleicht. Ciao. Okay, hier ist auf jeden Fall Uran. Das nehme ich gleich mit. So. Okay, hier geht es gleich nach unten, aber ich schaue mich noch um. Hier ist noch. Interessant, dass die auch schießen können. Hier drüben. Nix. X da. Twix da. Okay. 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 Schon gar nichts hier. Treppe. Ja. Let's go. Und ich brauche Glücksessen. So. Dass ich das hier ein bisschen genießen kann auch. So. Hier ist gar nichts. Bada boom. Der arme Krebs wieder. Muss ich die eigentlich noch töten? Fehlen mir da noch ein paar? Ah. Äh. Die würde ich schon mitnehmen. Wer weiß. Da wieso nur ein? Da sind doch zwei. Weil der nicht in Reichweite war. Okay. Uran oder sowas hier. Nein. Interessiert mich nicht. Nein. Ich lasse noch eine Bombe zurück. Hier ist Treppe. Ich hau gleich ab. Weil ich nichts gesehen habe. Ciao. Okay. Schnell Käse essen. Bevor ich wieder komplett tot bin. Okay. Die Folge ist jetzt ein bisschen lame. Aber. Ja. Wer weiß. Vielleicht auch spannend. Aber ja. Hab euch lieb. Lasst ein Like und ein Abo da. Wenn euch das gefallen hat. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Hab euch lieb. Ciao. Ciao. Ciao.